dann reizen wir das spiel ja fast komplett aus oh ja online player arena ranglistenspielen mit spielersuche spiel anlegen wo bist du jetzt reingegangen ranglistenspiel oder was ne bei spielersuchen und dann lade ich dich nochmal ein und dann endet es sich nähert es ich sei am ende bist du auch traurig ja gut dann müssen wir es mit hd noch mal spielen können sie ausruhen um mal privat für uns spielen theoretisch wenn man die gemein lust und zeit hat ja bei der musik auch toll ei 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 so jetzt kommt noch mal unser dreamteam oh er sieht böse aus da hatte ich nicht was so coolen ach so da ist ja auch dieser totenschädel jetzt zu sehen wenn wir unseren typen beim spiel einmal durchgespielt haben warum nimmst du jetzt ein level 27 futzi ich weiß nicht ich wollte jetzt gucken weil ich hab irgendwie die hoffen dass wir nicht gegeneinander kämpfen müssen nahkampf schnell ziehen schatz muskulös charakter wählen so hallo team wechseln ach so ne haben wir ins gleiche team ja ne ne oder ich kann doch gar nicht deins auswählen na schade dann gehe ich nochmal auf charakter auswählen da sonst ist es ja doch unfair hä nur ein bisschen außer das ist jetzt ne schnups 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 ok ja es gibt jetzt vier moni hätte ich gar nicht gedacht das mal hier keine ahnung schnell ziehen die bogen schützen disziplin sie wird nur mit pfeil und bogen geöffnet ja sind wir feuerpfeil ja genau mhm ist klar klub natürlich direkt vor dem tricer auch so wie kann ich ihn auswählen uuua lass mich in Ruhe huu aha 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 au nein ja irgendwie ist das jetzt nicht so schmerzlich wie ich befürchtete ich war auch ein bisschen enttäuscht offen gesagt aber und wie ist das jetzt genau man könnte auch abwehren aber ich mach mehr schaden uuua aha aha aber ich mach mehr schaden uuua jaaa was bringt der feuerpfeil verdammt ich weiß auch nicht ich dachte irgendwie man könnte vielleicht die items durchswitchen aber ist ja nicht so mhm ne was wow 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 oder sammelt man sich mehr Kraft oder sowas ich hätte jetzt auch fast verpfeil wir sind so fähig unglaublich jaa ich bin wie Robin Hood jaa es ist ein sehr sehr sinnvoller und spannender Modus es erinnert mich ein bisschen an Bomberman aber doch in langweiliger Art jaa weil äh Treffen ein bisschen schwierig ist so in ja doch es macht mehr schaden eindeutig ah gut dann macht es also doch Sinn hier rumzulaufen und die Pfeile zu sammeln hehehe Gott wie weit kann ich denn im Springen macht Sinn sehn hehehe satt ach ich dachte du doch hmhm 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 hmhmhm 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 ja ja es ist dann auch nicht mehr so einfach wir werden immer schneller es ist auch nicht mehr so einfach auszweichen hmhmhm 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 dud 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 duda na z toll nein jaa jaaah west 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 ach jaaah es ist doch nochmal eng was hab ich nicht erwartet Boah, verdammt. Mein Pfeilhagel. Mann. Äh, nein. Oh, oh. Nein, 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 nein. Ach komm. Ach, ist so unfair. Ach, ehrlich. Schatz, muskulös, keine Ahnung. Will dummer Schatz nicht, will man muskulös. Keine Ahnung, was das dann bringt. Na ja, das wird dann gelost, ne? Neh mich mal stark an. Kommt irgendein Spielmodus. Ach so, und darf man sich erst mal drum duellieren, was kommt oder wie oder was? Nee, Schatz, ach so, nee. Ah, wer die meisten Schatz nicht ausbuddelt. Entweder das oder wer die besten ausbuddelt. Wenn ich treffe. Oh, wuhu, schuh, 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 schuh. Schnu, schuh, 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 schuh. Ja, genialer Spielmodus, okay. Äh, bin ich schon voll dafür irgendwie. Also, ja. Ja, das ist ganz toll. Aber okay, Bulldoon nur den Kram aus. Ich sammle den da ein. Das ist schon normal. Äh, la 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 la. Ja, verdammt. Ja, ich führe. Geil. Gaaanz toll. Ja, ich bin doch stolz auf mich. Ja, kann ich mir vorstellen. Nee. Na komm. Immerhin. Ich liebe diese Musik. Ich bin jetzt schon wieder zu doof, irgendwelche Sachen zu finden oder so. So. Aha. Einsammeln, 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 einsammeln. Dopp, 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 dopp. Äh, ja. Gibt es der Zeitlimit, oder muss wirklich hier jedes Loch aufgebotet werden? Also nicht, vielleicht gibt es auch ein komisches Limit, was man, äh. Achso, holen muss. Ja. Topp. Ah, 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 ah. Aha, aha, aha. Mist. Habst du den falschen Weg gegangen? Ah, 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 ah. Ja. Oh, Mann. Kann ich mal aufhören damit? Du findest immer die genau richtigen Sachen, das ist so toll. Ach, ja. Weil diesmal landen, das ist doch alles bei mir. Ja, also brauchst du viel bei mir. Ja, aber ich führe wieder. Nö, doch. Achso, ist ne neue, keine acht. Aha. Oh, 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 oh. Ja. Gibt es jetzt hier irgendwie um 1000 erreichen, oder so, wahrscheinlich? Oh, vielleicht. Au, irgendwas, was? Warum? Wieso hast du jetzt gewonnen? Ich hatte eins mehr. Das hab ich jetzt auch nicht verstanden, also irgendwas war jetzt komisch. Egal. Gut, vielleicht muss man auch irgendwas Bestimmtes finden, oder so. Kein Schimmer. Was hast du ausgebuddelt? Weiß ich nicht. Eigentlich sah für mich aus wie jeder andere Jubil, aber... Puh. Oh, okay. Ich hab keine Ahnung. Komisch. Muskulös, ja, und jetzt? Hier laufen Hühnchen rum. Achso, Moment. Die Hühnchen müssen wir kaputthauen? Essen. Nein. Ah, wenn wir Hühnchen essen, dann können wir hauen. Hühnchen. Ich brauche Hühnchen. Pff. Toll. Ja, genau. Ist klar. Ist schon in Ordnung. Ja, ja. So. Ich will auch Hühnchen. Danke. Bam, bam. Nein. Nein. Baa. Oh, der Buu. Geistlich zurück, weil wir liebe Menschen kämpfen, die gegeneinander sehr schön. Ja. Jetzt gibt es das. Hä? Nein. 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 Jetzt geht es erstmal wieder auf die Glocke. Haha. Auf den Glocke? Auf die Glocke. Welches Spiel? Was? Super Paper Mario, mein Gott. Haha. Achso, ah, jetzt erinnere ich mich aber endlich. Ja. Ja, ja, ja. Beim neuen Paper Mario gibt es auch wieder so ein bestiger Grad davon. Ich habe mir Paper Mario, also Sticker Star bestellt. Oh, schön. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es möge gerade, weil die Kämpfe ja unnütz sein werden, aber... Ja, die Kämpfe an sich waren unterhaltsam. Nur die ganzen Rätsel, die man lösen muss, sind teilweise so dermaßen nicht nachvollziehbar. Komm mal her, so. Nicht nachvollziehbar, dass das wirklich so ein Grad ist. Und das eigentlich am meisten gar nicht bleibt. Ansonsten soll aber echt ein nettes Spiel gewesen. Das ist ein sehr seltsames Königreich, wenn ich das nur sagen darf. Oh, ja. Sehr interessante Arena-Campfe, ja. Nein! Ach, Mann. Dreimal am Hund vorbeigegriffen. Gibt's da nicht. Lass mich hier in den Schweißer hier ein bisschen durch die... Aha, interessante... Interessante Taktik. Verdammt. Oh, Mann! Ey! Was ist das hier? Jetzt hab ich noch an, boh, hier noch. Ich war doch der Sieger, ich war doch ganz klein der Sieger eben noch. Na, Scheiße! Nein, 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 nein! Huhn, 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 huhn! Ja! Oh Gott! Nein, du kriegst du das! Jetzt stirbt doch her! NEINS! Warum lacht er hier so durch? Ah ha 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 ha! Noch ein Nahrkampf zum Schluss? Nahrkampf ja. Okay... Und dann ist das Spiel doch endlich rum! Richtig! Hehehe Irgendwann reicht's auch. So toll war's jetzt auch nicht. Hehehe Just don't let me come over there Ah ja So, was? Was ist das für eine Arena? Lava Arena Schnau schnau schnipsen Zum Glück bin ich viel mächtiger als du Geht halt so noch Hm Au Okay Ich wollte mich eigentlich nicht rösten lassen Ach, Moment, bevor du mich jetzt ankreist, ich hatte noch einen neuen Zauber gelernt Ich will jetzt gerade mal machen, ohne dich damit zu schädigen Okay Oder muss ich das so machen? Oder vielleicht wirkt der nicht im Arena-Modus? Aber die anderen gehen ja auch, das verlippt mich jetzt gerade Oh Oh Ich merke gerade, dass ich zaubermäßig voll was drauf hab Wow Wuhu Boah Krass Kapui, Kapui, ich bin die grüne Gefahr Ja Ja, lass mich doch mal leben Nein Au Ich vertrag Feuer nicht so Schmirlbar Nein Nein Ist ja gut Ey hier so denken, ein bisschen abwehren und so ne und dann würde es funktionieren Ha Ne, hast du mich Falsch gedacht Mist Nein! Wo? Wann? Wie? Wuhuuu! Schnupskatze hat gewonnen, wie immer. Gut, nachdem es jeder zwei Sieger hatte, ist das doch wunderbar. Ja, aber der moralisch richtige Sieger war ich. Warum? Weil ich jetzt im wichtigen letzten Match gewonnen hab. Dich war muskulöser. Ich war aber besser. Hm. So, okay. Ist auch ein gutes abschließendes Fazit für dieses Let's Play, finde ich. Also, das kann man ruhig mal so stehen lassen. Äh, ja. Hat mir Spaß gemacht. Mir auch. Und, ja. Wir müssen uns ein neues Projekt suchen. Schade. Ja, genau. Aber da werden wir irgendwas finden. Ja. Gut. Ging schnell. War spaßig. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Woll. Man wird sich demnächst wieder hören. Richtig, genau. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Und, ja. Hat Spaß gemacht. Hui. Schön. Ja. Dann würde ich sagen, danke an alle Zuschauer. Danke an Aufmerksamkeit und Kommentare und Views und was auch immer. Und, ja. Bis demnächst. Bis bald mal wieder. Tschüss. Tschüß. 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 Tschüss.